Kunst soll grenzenlos sein, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Aus dieser Idee heraus entstand vor nunmehr neun Jahren der Simultania Kunstpreis für Menschen mit Behinderung. Dieses Inklusionsprojekt gewinnt von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung und hat seit 2013 einen starken, verlässlichen Partner, nämlich die österreichischen Lotterien, an seiner Seite. Vergangene Woche wurde wieder zur Preisverleihung ins Studio 44 geladen. Einmal im Jahr wird der November zum Plo-Vember und dann ist es Zeit für die Verleihung des Simultania Kunstpreises. Heuer einmal mehr in den legendären Studios 44 der österreichischen Lotterien. Ein Event der besonderen Art, das Sie genießen sollten. Freuen Sie sich auf die nächsten Bilder. Die österreichischen Lotterien mit ihrer Vorstandsvorsitzenden Bettina Glatz-Kremsner und Helmut Bloch-Schnitznik von der Simultania Lichtenstein bluten zur Verleihung des Simultania Kunstpreises 2019. Im Studio 44 der österreichischen Lotterien in Wien waren die zwölf besten Werke der Künstler und Künstlerinnen ausgestellt. Menschen mit Handicap haben einen eigenen Zugang zur Kunst und sehen manche Dinge aus ihrer Sicht. Mittlerweile zum neunten Mal wurde der Kunstpreis verliehen und leichte Nervosität machte sich unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen breit. Wer wird wohl in diesem Jahr gewinnen? Was die österreichischen Lotterien mit dem Simultania Kunstpreis verbindet, erläutert uns Frau Direktor Glatz-Kremsner. Vieles verbindet uns. Auf der einen Seite sind die österreichischen Lotterien seit 33 Jahren, seit Bestehen dieser Unternehmensgruppe, sehr stark für das humanitäre Engagement und für soziale Projekte. Und uns verbindet jetzt sehr, sehr viel mit der Simultania, dass wir auch selber dort waren vor Ort, nicht nur ich, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen und einfach gesehen haben, wie wichtig diese Organisation ist, wie unglaublich gut sie geführt wird, nicht zuletzt auch von Plou und wie wichtig Kunst in dieser Einrichtung ist. Und Kunst ist doch etwas, was in all seinen Facetten ja über alle Barrieren hinaus verbindet. Und deswegen ist auch das Motto des heurigen Wettbewerbs mit Verbinden und Verbunden ein ganz besonderer, weil das gerade bei Menschen mit Behinderungen einen besonderen Wert hat, nämlich diese Begegnung auf Augenhöhe, dieses gleichberechtigte Miteinander. Und all das macht es Simultania möglich und deswegen ist es für uns eine Freude, das auch zu unterstützen. Die Kunstmoderierte Mag. Gernot Esser die Veranstaltung für die musikalische Umrahmung, sagte die Gruppe Smokey Melody. Das diesjährige Thema Verbinden, Verbunden animierte 246 Künstler und Künstlerinnen am Wettbewerb teilzunehmen. Nachdem, dass Simultania sehr für Meulen und Kunst im Mittelpunkt steht, bin ich darauf gekommen, dass andere Einrichtungen das auch haben. Und dann haben wir mal einen Wettbewerb vor neun Jahren ausgeschrieben, der war ein voller Erfolg, inzwischen ist der Kunstpreis neun Jahre alt, hat sich über ganz Österreich ausgebreitet. Und was für mich wahnsinnig spannend ist, dass sich jedes Jahr mit einem neuen Thema, neue Bilder kommen, dass sich die Einrichtungen melden, dass es da auf einmal eine Vernetzung gibt und dass wir nicht nur die Lotterien als Förderer und Sponsor haben, sondern als Freunde. Und für etwas Besseres kann man sich nicht wünschen. Der Verein Ich bin Okay betreut Menschen mit Behinderung in ihrem Tanzstudio. An diesem Abend gaben sie bei einer Tanzperformance und Modenschau ihr Bestes. Viele Sponsoren betraten die Bühne und Überreifung. Und dann reichten die Preise. Den Hauptpreis sponserten die Lotterien. 1.000 Euro in bar ging an die glückliche Siegerin Marlies Fiegl aus dem Atelier Lorca Hous in Vorarlberg. Das Strahlen in den Gesichtern der Gewinner hat uns tief beeindruckt. Das Strahlen in der Zwischenzeit hat uns tief beeindruckt. Das Schuttein in den Gesichtern der Gewinner hat uns tief beeindruckt. Vielen Dank.